Schmutz auf der Linse. Schnee-Chaos, erster Teil. Herr Feuchter. Herr Feuchter. Herr Feuchter. Feindliche Katastrophe. Herr Feuchter. 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 Das filmt jetzt, oder was? Das ist ja richtig... Super, ich sag dir's, die Bilder auf der Homepage. Also wenn mein Junge schon angehoben ist, wie ich verkotzt bin. Ja, ja. So jetzt schon, oder? Wo wir über mein Bild sprechen, gell? Ja, denn ich spende auch. Ja, ja, aber niederhinter standen in der Unterhaus, das ist okay, gell. Du hast aber auch keine Kugel, die kann man doch sehen. Hör auf, Junge. Ist auch menschlich. Hat er jetzt was vergessen?